Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Ich freue mich sehr, dass wir das heutige Webinar wieder mit Carsten Berger zusammen machen. Schönen guten Abend hier nochmal an der Stelle Carsten und ich freue mich natürlich auch, dass Sie sich für das Thema interessieren und trotz des schönen Wettens heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Klauseneto, ich begrüße Sie im Namen von FXFlet und wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen und dürfen dieses Event auch wie immer bitte nicht als Handlungsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Carsten später über konkrete Aktien oder Sektoren redet. Super, dann dein Stichwort Carsten, ich übergebe dir den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Danke Nelson für die nette Ankündigung. Ich suche wie immer den Bildschirm raus. Bildschirm 19. 19? Plus 3. Auch das stellt einem manchmal vor Schwierigkeiten, ob man letztendlich klucken muss. Aber das habe ich jetzt hingekriegt. Ich glaube, ihr seht den blauen Einleitungsbildschirm und damit muss das wichtig sein. Okay, dann lasst uns einfach anfangen. Okay, herzlich willkommen von meiner Seite aus zu diesem Webinar zum Börsensektor-Analyse. Wie krass ist das, wenn man das nicht beachtet, muss ich wirklich sagen. Und das hat man, glaube ich, jetzt auch in der letzten Zeit gerade gesehen, was amerikanische Märkte zum Beispiel im Gegensatz zu deutschen Märkten machen. Und ich habe heute gerade ein Gespräch gehabt mit einem anderen Coach und zwar mit dem Markus Wuner zusammen und wir fanden das total lustig, dass in Deutschland zum Beispiel Kommunikationswerte total unten stehen und wer da investiert ist, im Endeffekt gar nicht mal das Geld zum Fenster rausgeschmissen hat, währenddessen in Amerika Kommunikationswerte unter den Top 3 stehen. Also wer da nicht dabei war, der hat im Endeffekt auch Geld verloren. Also absolut spannendes Thema, darauf zu achten. Was machen die Märkte, wie man rechts hier, sage ich mal, im Ankündigungsbildschirm sieht, Marktklima einschätzen, welcher Sektor kommt nach der Einschätzung des Marktklimas und zwar, welches Land ist denn das, was ich bespielen möchte, wo ich Aktien handeln kann. Und bei FX Flat ist es so, man kann mit der TBS dort, sage ich mal, fast alle Märkte, glaube ich, auf der Welt bespielen. Meine Schwerpunkte sind Amerika und Deutschland. Und da ist es schon wichtig zu wissen, wo muss ich eigentlich drauf schauen und welche Fehler sollte ich eigentlich gar nicht machen? Also wir gucken uns heute die Märkte mal so an und ich zeige euch so, wie ich das mache, dass ich möchte, dass ihr dann Mehrwert, sage ich letztendlich, mitnehmt. Ich möchte auch gar nichts verkaufen in der Hinsicht. Ich zeige euch an zwischendurch ein Tool, was ich benutze. Ja, da könnt ihr selber reinkaufen nachher am Ende. Aber letztendlich muss ich noch sagen, na klar gibt es noch einen Interessenskonflikt, was der Nelson schon angekündigt hat und zwar kann es sein, dass ich eine Aktie selber besitze und die jetzt hier zeige. Und von daher kann das sein, dass auch ein Verwandter nie hat und dort ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Okay, mit wem sprecht ihr? Ich bin Carsten Berger, 56, komme aus einem ganz anderen Bereich als aus dem Bankenbereich. Mit 17 hat mich das Thema Finanzen schon mega interessiert. Habe alles gelesen. Früher gab es kein Internet. Was es da auf dem Markt gab, habe selber probiert, habe angefangen mit Bundesschatzbriefen, Bundesobligationen, auch vom Kurs her zu handeln und so weiter. Dann kam ich zu Aktien, habe auch Hebelzertifikate, Optionsscheine, alles durch. Aber ich bin bei meinen Aktien geblieben, weil das ist ein einfaches, klares Handelsinstrument. Ich weiß, was ich damit machen kann. Ich kann die Größen skalieren und habe mich schon immer für Aktien interessiert. Ich komme aus dem Bereich der Verwaltung, Berliner Polizei. Ich habe dort eine Spezialeinheit geleitet, am Ende in Berlin. Und wie gesagt, heute mache ich das, was ich gerne mache, Leute ausbilden, weiterbringen, was es im Finanzbereich letztendlich anbelangt und zeige euch im Endeffekt das, was ich tue. Was lernst du in diesem Webinar? Logischerweise immer wichtig beim Handeln, und ihr wisst es, wenn ihr euch Aktien aussucht, systematisch vorgehen. Immer den gleichen Vorgang machen. Nicht sich ablenken lassen von äußeren Einflüssen, wie irgendwelchen Top-Empfehlungen, die kommen von außen. Ja, kauft die Aktie von irgendeinem Analysten. Das kann man alles befolgen, aber wenn man diese Informationen dann auch in ein systematisches Vorgehen mit integriert. Also ihr müsst euer eigenes System haben. Ich zeige euch, wie ich das mache, das systematische Vorgehen. Und ihr könnt das, glaube ich, relativ einfach nacharbeiten. Marktvorbereitung, das ist das, was ich immer mache. Braucht gar nicht so lange, je nachdem, was man sich da zurechtgelegt hat. Ich zeige euch beide Varianten, wie ich das mache. Outperformer-Branchen zu finden, ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil ich da Fehler vermeiden kann. Also wenn ich zum Beispiel Long gehe auf steigende Märkte, dann ist die Fehlerquote, wenn ich in einem Outperformer-Markt, wenn Outperformer-Branche unterwegs bin, wesentlich kleiner, das sind statistische Anhaltspunkte und Auswertungen, die ich gemacht habe, als wenn ich jetzt einfach so wahllos dort unterwegs bin in der Branche. Also wenn ich die Top-Branche auswerte und dort die Top-Werte innerhalb der Branche, denn dort gibt es auch Werte, die nicht so gut sind, dann ist die Fehlerquote des Trade umsetzend. Ich werde mal ausgestoppt, obwohl ich Long und gut unterwegs war, den Stopp dort gesetzt, das kennt ihr auch, und dann seid ihr raus aus dem Trade, weil ihr kurz mal korrigiert habt. Das passiert, aber dann müsst ihr wieder einsteigen. Das ist das, was letztendlich dann die Umsetzung eines Trades anbelangt. Aber wenn ich die Vorfilter gut gesetzt habe, dann kann ich da relativ in Anführungsstrichen ruhig schlafen. Und genauso ist es, wenn ich die Outperformer-Branchen habe, dann möchte ich natürlich auch wissen, wie kriege ich denn die Outperformer-Aktien. So, das will ich euch mal schnell so ein bisschen rüberwerfen. Das heißt, ich benutze ein Top-Down-Prinzip. Die meisten kennen das. Das kann ich nur immer wieder sagen. Das ist immer der gleiche Vorgang. Indizes anschauen. Was machen die? Timing-Versuche hinzubekommen. Wo realisieren, wo befinden sich die Märkte gerade? Was haben die gemacht? Wie viele Tage sind die gestiegen? Je mehr ein Markt steigt, desto höher wird das Risiko. Wie kann ich darauf reagieren? Stichwort Depot-Risiko, Trade-Risiko, Positionsgrößen-Risiko und so weiter. Gehirn einschalten und intelligent sein und nicht einfach stur, sage ich mal, darauf reagieren. Das macht keinen Sinn. Man muss sich schon ein bisschen anpassen. Genau das gleiche Prinzip. Welche Branche habe ich schon erklärt und letztendlich finden wir den aus der besten Branche oder die besten Branchen die Aktien, die interessant sind. Wer dazu Fragen hat, ich bin immer gerne bereit, E-Mails zu beantworten. cb-tradercode.de. Der kann auch auf meiner Homepage vorbeischauen. Das ist tradercoach.de oder mal bei tradescanner.de vorbeischauen. Dort, sage ich mal, ist das, was wir jetzt gerade gleich sehen werdet, ist endlich das Tool, was ich benutze. Okay, dann gehen wir auch schon in den Browser. Und zwar haben wir hier einen sogenannten Tradescanner. Der ist interessant. Warum? Weil er mir viel Arbeit abnimmt. Und das, was ich jetzt relativ schnell sehen kann, das ist das Marktklima, das Marktmodell. Ja, unser Marktmodell, was ich und Markus Runo zusammen entwickelt haben. Damit kann ich relativ schnell mir einen Blick über die Märkte verschaffen. Ja, ihr seht jetzt hier, irgendwie passiert hier. Ich will jetzt nicht in der Tiefe das erklären. Ich will Ihnen jetzt sagen, was dahinter steht. Das sind die Indizes. Und die seht ihr alle aufgelistet von oben nach unten. Und zwar die amerikanischen und die deutschen Werte. Wir haben auch ein bisschen asiatische Werte, wie die Nikkei und den Hang Seng damit bei. Das Interessante ist es für mich einfach nur, die Werte, die oben stehen. Das sind die stärkeren Märkte, die hier quasi unterwegs sind. Hier unten sind die schwächeren Märkte. Wenn ich long gehen will, ganz einfache Regel, dann möchte ich gerne in den starken Märkten unterwegs sein. So. Und während ich hier mit der Maus rüberfahre, seht ihr, wie hier oben immer die Kugeln anfangen zu leuchten. Was bedeutet das? In dem Fall sehe ich zum Beispiel, dass Nasdaq hier oben im roten Bereich ist. Bedeutet einfach, der gibt mir das Marktmodell einen Hinweis. Achtung, der Markt ist schon relativ stark angestiegen. Es besteht ein Rückschlagsrisiko. Ja, sagt mal, okay. Was kann ich damit anfangen? Genauso für ein S&P 500. Dann ist hier auch noch mit bei der MDAX, das ist mit bei der Dow Jones und alle relativ schon stark gelaufen. Ich sehe auch eine Massierung der Werte relativ weit oben. Das bedeutet recht schnell in dem roten Bereich dran. Die Märkte sind generell die letzten Tage stark gestiegen. Eine wichtige Information. Was setze ich da um? Ganz einfach. Ich setze dann um, wie viel Positionsgröße nehme ich für so einen Trade? Also wenn ich jetzt im Longmarkt unterwegs sein möchte, wie Nasdaq, wir schauen uns natürlich auch die Charts an. Dann weiß ich schon mal, okay, die ist relativ stark gestiegen. Da könnte ein Rückschlag kommen. Und das bedeutet für mich, wenn ich jetzt noch Long gehen möchte, dann reduziere ich konkret meine Positionsgröße für so einen Trade. Sprich, wenn ich sonst 10.000 Euro in eine Aktie investiere oder 5.000, aber ich gehe mal von 10.000 aus, dann bin ich bereit, nur noch vielleicht die Hälfte zu investieren, weil mir das Risiko einfach zu groß ist. Ich möchte aber dabei sein, aber die Trade-Umsetzung wird dann mit weniger Positionsgröße gemacht. Das muss man sich im Chart dann nochmal gegenchecken, aber so kriege ich schon mal einen Eindruck davon und sage, okay, ich bin jetzt nicht gerade aus einer Korrektur direkt heraus am Start, sondern der Markt muss schon relativ weit gelaufen sein. Das muss man uns im Chart dann nochmal angucken. Der Einzelne, der hier noch ein bisschen unten rumdümpelt, ein bisschen rumdümpelt ist gut, der ist auch schon relativ hoch gekommen, weil er kam ja von weit unten, ist der Russell zum Beispiel. Also wir sehen, die Russell- und Nasdaq-Technologiebörse sind weiter oben. Das heißt, Amerika ist auf jeden Fall besser als die deutschen Aktien. Können wir den deutschen Markt schon mal ausschließen. So, Konzentration auf den amerikanischen Markt. Jetzt schwenken wir mal um und zwar in die Charts. Das wäre nämlich das, was eure Normalverbraucher machen muss. Egal welche Charts, ob ihr TradingView habt, das ist hier der Algena-Trader, den nutze ich sehr gerne. Die meisten kennen den ja. Ich habe den schon seit zwölf Jahren. Ein super Tool. Man kann viel verkehrt machen, wenn man da sehr viel einstellen kann und so weiter und sehr viel kaputt machen. Da muss man schon ein guter Fachmann sein, damit man das Ding ein bisschen im Griff hat. Was ich jetzt im Endeffekt genauso mache, ist diese Sortierung der Werte. Hier ist auch der Nasdaq rum, der Index. Und dann sehen wir auch im Chart, okay, der ist die letzten Tage ganz schön gestiegen. Das sehen wir. Und jetzt muss ich mir konkret die Frage stellen, wenn ich jetzt anfange, nach Aktien zu suchen, dann bin ich wahrscheinlich schon relativ teuer unterwegs. Da ist immer Ausschlaggebend die Branche, weil Branche sticht Index immer aus. Statistische Auswertung kann man geben, dass 60 Prozent der Performance einer Aktie immer der Branchenzugehörigkeit zugeschrieben wird. Das heißt, wenn die Branche gut läuft, zieht es die anderen Aktien meistens mit. Und wenn man dann noch den Top Aktien, sage ich mal, Werte hat aus dieser Branche, dann kann man damit besser und intensiver von der Kursanstieg, sage ich mal, profitieren. So, das bedeutet, im amerikanischen Markt wollen wir auf jeden Fall unterwegs sein. Und vom Timing, einmal durch das Marktmodell schon gesehen, könnte recht teuer sein, sehen wir im Chart, das seht ihr ja auch. Also ich glaube, ihr könnt alle in den Chart gut lesen, dass der Markt die letzten vier, fünf Tage gestiegen ist. Ist jetzt bestimmt jetzt nicht mehr die tollste Situation, hier reinzukommen. Warum? Das seht ihr auch. Wir haben hier einen Wochenwiderstand, das ist hier rot. Das sieht man auch in jeder anderen Software, sage ich mal, nicht das Rote hier zwar, aber dieses Hoch hier hinten, dass es ein Wochenwiderstand sein kann und dass der Markt hier eine Kursreaktion zeigen könnte. Was könnte das bedeuten? Das könnte bedeuten, dass der Markt wirklich wieder zurückgeht, vielleicht bis auf den 20er Durchschnitt, vielleicht bis hier so. Ich weiß es nicht. Er kann aber auch einfach seitwärts gehen und dann oben raus. Ich habe ja keine Glaskugel. Dann sagt er euch schon, okay, was weiß ich mit dieser Information, das weiß ich auch. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach darum, dass man seine Hürden einschaltet und eine Strategie dafür entwickelt, wie man mit seinem Geld umgeht und wie man mit den Trades umgeht. Wenn ich hier oben einsteige, weil ich sage, okay, der Markt, ich weiß ja nicht, ob er noch vier, fünf Tage, sechs, sieben, acht Tage noch läuft. Das weiß ich auch nicht. Aber wir sind nah an so einem Widerstand und das bedeutet, dass der Markt heute ja auch schon hier oben war und ein bisschen wieder in die Mitte zurückgefallen ist, zumal wir ja heute noch eine wichtige Entscheidung einer amerikanischen Markt haben. Für mich würde es bedeuten, okay, amerikanische Technologieaktien sind bestimmt sehr spannend, sind aber auch schon sehr teuer in den letzten fünf Tagen. Könnte eine Korrektur eintreten. Wenn ich einen Trades aufmache, reduziere ich meine Positionsgröße auf 30 Prozent. Das ist ja schon mal was Gutes. Also man nimmt sich nicht voll aus dem Rennen raus. Wem das zu heiß ist und sagt, nö, ist es mir egal, ich warte auf eine Korrektur, der wartet einfach auf die Szenarien, die dann da kommen. Und zwar ist das relativ wahrscheinlich, wir sehen hier ein erhöhtes Volumen, die, die immer dabei sind, die kennen das, das fragt ein bisschen heraus, über den Durchschnitt oder auch zu den anderen links und rechts davon. Im Future ist das nicht so ausgeprägt wie bei manchen Aktien, aber man sieht immer wieder so einen gewissen Peaks da drunter, also im Endeffekt der Durchschnitt. Bedeutet, wenn ich jetzt hier so ein Hoch markiere, an so einer Kerze, das Hoch mit dem Volumen, also quasi das Tageshoch mit der Kerze, die ein hohes Volumen hat, dann könnte das der Bereich sein, wo der Markt wieder zurückkommt. So, und dann hatten wir hier einen kumulativen Punkt, das heißt, es treffen mehrere charttechnische Bedingungen zu, am besten welche, die gar nichts miteinander zu tun haben, zum Beispiel das Volumen und so einen Durchschnitt. Oft reagiert der Kurs im Bereich des 20er Durchschnitts, sieht man ja hier ungefähr. Also bedeutet, hier ist der 20er, hier ist das Volumen und wenn der Markt hier zurückkommt, könnte dort wieder Kaufinteresse entstehen. So, also sind wir schon im amerikanischen Markt top. Jetzt schauen wir uns mal die Branchen an. Und dann kommen wir schon dahin, dass wir merken, dass ich ja viele Branchen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele sind es denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann kommen noch ein paar Rohstoffe dazu. 13, 14, 15 Charts, müsste man sich anschauen. Ich spare mir das, indem ich halt das Tool wieder benutze. Und dann gehe ich einfach hier, was ich vorher mit den Indizes gemacht habe, mit den Kullabellchen hier, gehe ich auf US-Sektoren und habe da genau das Gleiche. Ich sehe sofort, aha, das sind die stärksten Bereiche, Technologie, Consumer und Communication. Habe ich ja vorhin in der Einleitung erwähnt. Communication ist ein starker Sektor gewesen. Und wer das beachtet hat, der sollte eine Broadcom, glaube ich, ganz gut abgegriffen haben. Jetzt sind die wahrscheinlich heiß gelaufen, weil die ja in dem roten Bereich oben drin sind. Das könnte halt in die andere Richtung gehen. Man kann das auch traden. Ich warne aber davor, gehört sehr viel Erfahrung dazu. Und ich möchte jetzt nicht auf dieses Thema eingehen. Das ist eine andere Strategie. Aber es bedeutet ja auch, wenn ich Counter-Trend traden könnte, dass ja der Markt, dass ich davon ausgehe, dass der Markt in die andere Richtung geht. Also gegen den Trend. Also ein bisschen schwieriger zu handeln. Und diese Information benutze ich für mich, wenn ich so einen Bereich sehe, dass der Markt dort hinkommt, dass ich sage, okay, Vorsicht, Positionsgröße runter. Wenn ich neue Trades aufmachen möchte, eventuell ganz die Finger von lassen. Wenn ich bestehende Positionen habe, bedeutet das, dass ich halt eventuell drei Verkäufe mache, einen Teil von der Position rausschmeiße oder meine Stops wirklich auf das Maximum ran fahre, also ran schiebe. Roland fragt, ist dieser Scanner kostenlos? Roland, ich kann dir einen Link schicken, nachher in den Chat. Du kannst dich einfach registrieren. Du wirst dann von Markus freigeschaltet, ohne Angabe einer Kreditkarte oder sonst was. Ich glaube, du kannst es dann zwei Tage nutzen. Und du kannst dann alles testen, was da drin ist. Auch das Marktmodell kann man danach weiter nutzen. Das ist kostenlos. Finde ich super, weil man halt schnell einen Überblick bekommt. Und wir arbeiten ständig noch an diesem Modell, um das noch ein bisschen zu verbessern. Das erfüllt aber einfach seinen Zweck, um schnell einen Überblick zu bekommen. So, jetzt sehe ich ja, okay, die gesamten Märkte sind, was hier die Branchen anbelangt, alle mehr hier oben rechts. Das heißt, im Trend-Long-Bereich, es gibt welche, die laufen aber auch hinterher, wie Utilities zum Beispiel oder Consumer Defensive. Warum soll ich mich für Long-Trades in diesen Märkten mit diesen Aktien beschäftigen, wenn hier oben die Musik abgeht? Das ist ja eigentlich die einfache Regel. Dort konzentriert sich ja das Kapital. Deswegen sind die Aktien gestiegen. Und wenn ich jetzt einen Trade eröffnen will, dann brauche ich natürlich eine Trade-Verwaltung, ein Szenario und ein Setup. Aber letztendlich ist dieser Filterweg dahin der spannendste, weil das verzeiht im Endeffekt alles. Also wer das beachtet, hat eine wesentlich höhere Trefferquote, als wenn man jetzt einfach da wahllos Aktien auswählt. Okay. So, jetzt zurück in den Arginatrader. Wir schauen nochmal auf den Chart. Und zwar hatten wir ja noch Communication auf Platz 4. Auch stark. Ich glaube, hier hat es angefangen, bei den einzelnen Webinaren, die ich auch noch sonst halte, zu erzählen, okay, jetzt ist der Markt reif. Genauso wie hier, dass man zurückkommt auf so einen Wochen- Unterstützungsbereich, was vorher Widerstand war. Ausbruch, wieder zurückkommen. Da ist der Bereich, wo ich dann nach Aktien suche, aus dem Communication-Bereich. Genauso, wenn das Ding hier hochläuft und am Wochen-Widerstand wieder zurückkommt. Ich scrolle mal zusammen. Dann sieht man, aha, okay, könnte ein Widerstand sein. Der Kurs könnte reagieren. Das weiß ich, dass er da reagiert. In welcher Form nicht. Aber ich muss halt wissen, dass ich dann ein Problem kriege, wenn ich in so eine Zone halt einfach so reingehe. Dann gehe ich halt nicht hier oben gerne rein. Das ist immer noch besser als ganz an beim Ausbruch. Am liebsten ist es mir, wenn es wenigstens eine kleine Korrektur gab und die irgendwo sinnvoll zurückkommt. Da ist es wieder. Das erhöhte Volumen. Diese Kerze markiert. Und der Markt kommt wirklich hier ein bisschen in den Bereich. Das ist nie eine Punktlandung. Also klappt zwar manchmal, aber ich möchte einfach nur wissen, dass hier etwas passieren kann. Und wenn der Markt an diesem Tag dann positiv schließt, könnte das eine Reaktion wieder ins Alte hochgeben. Ob er durchgeht, weiß ich auch nicht. Das hängt davon ab, von vielen Faktoren, die ich mit Sicherheit nicht bestimme. Aber ich kann mich darauf vorbereiten und sagen, okay, wenn der Markt hier etwas korrigiert, dann bin ich bereit, jetzt nach Aktien aus dem Communication-Bereich zu suchen. So ist die Vorgehensweise einfach. Und jetzt kommt es ja, ich brauche ja nicht 20, 30, 40 Trades pro Tag. Das heißt, wenn ich mich auf zwei, drei Branchen konzentriere, dann sind mir die anderen hier unten ja eigentlich schon egal. Die können wir uns angucken, aber vom arbeitstechnischen Vorgang her sind die mir eigentlich wurscht. Was soll ich da unten? Ich muss nicht jede Aktie und jeden Branchenbereich, sage ich mal, kontrollieren. Und jetzt zeige ich euch mal eine Zahl, die recht spannend ist und wer bei den anderen Webinaren dabei wird, und der nächsten werde ich das wahrscheinlich nochmal zeigen. Eine statistische Auswertung, wenn eine Aktie Outperformer ist, das heißt, wir vergleichen das, Outperformer, Underperformer. Wenn eine Aktie hier bei Communication der Outperformer ist, die ersten zwei, drei, die besser performt als dieser Branchenindex, dann besteht dort eine Tendenz, dass das forthält, wie so ähnlich bei der Markttechnik, dass das weitere Stärke anzieht. Und das Spannende ist, dass hier die Tage sind. Hier sieht man zum Beispiel die Anzahl wie viele Tage der Index oder der Wert überhaupt Outperformer ist. Also die Nasdaq, der Nasdaq-Index ist 65 Tage Outperformance im Vergleich zu seiner Benchmark. Die Technology-Bereich ist 77 Tage Outperformer, der Consumer, das Griechener ist 63 Tage. Natürlich ist diese Zahl, baut sich ja mit den Tagen auf. Aber warum soll ich mich zum Beispiel mit Märkten auseinandersetzen wie Energie, wo sie 29 Tage Underperformer sind und dort versuchen, einen Longtrade aufzubauen? Dort könnte man eventuell Fortpositionen aufbauen. Das ist ein anderes Thema. Ich rede jetzt heute nur von Long. Das bedeutet in den Märkten, die eine hohe Outperformance-Zahl haben, da kann ich was suchen und die kann ich auch einfach von oben nach unten mir durchsortieren. Also Technologie-Bereich ist ganz weit vorne, logischerweise, und Communication und so weiter und so fort. Und wenn ich mir etwas anderes aussuche, dann muss ich mir immer bewusst sein, dass sich ja der Gesamtmarkt stark angestiegen ist und dort kann auch eine Korrektur ansetzen, die natürlich auch starke Werte wieder mit runterreißen können. Immer den Zusammenhang sehen. Okay. So, wenn ich jetzt hier die Communication mir anschaue, dann habe ich ja entweder die Wahl, ich habe schon eine Aktie und dann würde ich sagen, okay, oh, aufgepasst, der Chart tickt ja heute noch, so ein Umkehrstab. Ich mache ihn mal größer, da seht ihr mal, er war bis hier oben dran und jetzt steht er hier. Noch ist er positiv über dem Eröffnungskurs, aber wenn er hier runterfällt, könnte es zu einer Korrektur kommen, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil er ist ja schon ein paar Tage gestiegen. Bedeutet für mich, muss ich heute dort rein, nach so einer roten Kerze? Nein. In der Regel ergeben sich meine Signale von gestern. Also wenn der Markt gestern 22 Uhr geschlossen hat, der amerikanische Markt, der deutsche Markt um 17.30 Uhr, dann fängt der Rechner an zu rechnen und gibt mir die Signale. Also ich muss nicht Intraday darauf springen. Jetzt tickt ja der Markt, da ist eigentlich schon bei mir alles gelaufen und wenn, dann habe ich meine Trades schon längst vor der Eröffnung oder kurz nach der Eröffnung. Das ist eigentlich egal. Es gibt wieder ein Vor- oder noch ein Nachteil schon reingesetzt und das Ding läuft dann einfach. Also ganz entspannt. Musst du einfach nicht hin und her, sag ich mal, agieren und taktisch sein. Die Sachen suche ich mir ganz in Ruhe aus und wenn ich da ganz schnell bin, dann dauert das, bis ich meine zwei, drei Trades gefunden habe, vielleicht zehn Minuten. Und dann müsst ihr bloß noch wissen, wie ihr die TWS bedient bei FX Flat, die Trades da rein, Herr Mann, und dann war es das. Und wie wir das technisch machen, das zeige ich euch jetzt mal. Also wir waren beim Schritt Communication, Consumer und so weiter und welche Branchen vielleicht jetzt noch interessant sind, die ja vielleicht noch nicht so heiß gelaufen sind. Die anderen waren ja schon ziemlich weit oben. Was haben wir denn hier noch? Basic Materials. Ist aber auch schon draußen aus dem Trend Long Bereich schon ein bisschen über dem Maß, wo wir dann noch zufassen. Was haben wir denn hier noch drin in diesem blauen Trend Long Bereich? Das sind hier Financial Services und Real Estate. Financial Services finde ich schwierig gerade, Bankenkrise und so weiter. Ich glaube, da kommt noch einiges. Nehmen wir mal den Real Estate Bereich. Wenn ich da draufklicke, dann gibt es hier verschiedene Strategien. Das sind hier Optionsstrategien von Markus, die auf die Auswertung und Signale von meinen Perlentaucher Trend Long Signalen oder auch Turning Point, was Markus seine sind. Die ähneln sich sehr. Wir haben da eine gute Schnittmenge. Deswegen haben wir dieses Marktmodell gemacht. Wir können daraus Aktien handeln bei mir oder halt auch zum Beispiel ein Cash Secured Put Handeln, die dann das Signal vom Perlentaucher haben zum Beispiel. Gehe ich da drauf, Perlentaucher Trend Long und dann werde ich automatisch in den Screen nachgelegt, wo der USA und Real Estate eingestellt ist. Dann habe ich noch zwei Lampen. Einmal Avoid Earnings. Was bedeutet das? Kennt das Problem wahrscheinlich, wenn ihr eine Aktie kauft, weiß ich nicht, ob ihr auf Aktie wann die Aktie, das Unternehmen Geschäftszahlen rausgibt. Und das ist halt wichtig, dass ich nicht am Vortag eine Aktie kaufe, wo ich am nächsten Tag nicht recherchiert habe, ob die jetzt nicht ihre Geschäftszahlen rausgeben. Und ihr wisst, oder solltet es zumindest wissen, dass Aktien dort sehr stark schwanken können. Ja, und dann werde ich vielleicht ausgestoppt mit einem Gap, mit einer Kurslücke. Und das möchte ich einfach verhindern, weil ich ja dann ausgestoppt mit einem höheren Risiko aus diesem Trade rausgeflogen bin. Deshalb filtert die Software automatisch diese Daten raus. Und zwar habe ich einen Abstand von 10 Tagen gestellt. Das heißt, da muss ich schon darauf achten, weil der Trade muss sich ja auch ein paar Tage entwickeln. Und das ist extra auf 10 Tage gestellt. Ab und zu nehme ich den auch raus, wenn ich da gar keine Trades habe und ich weiß vielleicht 8 bis 9 Tage noch Zeit habe, da muss ich aber extra darauf achten. Aber mir ist es auch schon passiert, dass eine Aktie, die im Gewinn war, ein Gap hatten nach unten und dann war der aufgelaufene Gewinn wieder im Minus oder plus minus Null fast gerade, weil ich nicht aufgepasst habe. Und das ist halt ein Problem. Deswegen sollte man das im Vorfeld schon immer recherchieren. Und Outperformance bedeutet einfach, dass der Filter ausgeschaltet wird und dann die Outperformance in der Allgemeinheit nicht drin ist und nicht mehr auf die Branche bezogen. Dann gibt es bloß noch Index bezogen im Vergleich. So, klicken wir mal da drauf. Zack. Das war es. So schnell geht das. Der sucht es im Hintergrund raus. Welches ist die Aktie, die A Outperformer ist in der Branche, die wir gerade Real Estate ausgesucht haben. So. Das sucht er raus. Und er sucht die raus nach dem Logarithmus, den wir für den Einstieg haben und zwar immer aus der Korrektur. Das heißt, wenn ein Kurs zurückkommt. Anstieg, Dynamik und zurückkommen. Und dann möchte ich einsteigen. Also nicht am Hoch unbedingt kaufen, sondern immer, wenn er wenigstens ein, zwei Tage korrigiert hat. Das macht das Tool automatisch. Nimmt mir einen Haufen Arbeit ab. Ich könnte das natürlich auch im Chart aussuchen. So. Wenn ich jetzt hier, das sind ja Real Estate logischerweise, das sind hier so Korrekturtage, damit man sieht nach dem Algorithmus, wie viele Tage hat denn die Aktie korrigiert, ist aber nicht nach Kerzen geordnet und so weiter. Das ist ein anderer Algorithmus. Der kann also auch anders aussehen, als er ihn erwartet, aber zwar ist ganz hilfreich, weil wenn ich einen Tag habe, der neun Tage korrigiert, dann kann das sehr, sehr stark korrigiert sein, der Wert. Wenn einer nur vier oder drei Tage korrigiert hat, kann das quasi seitwärts sein über die Zeit. Eine wichtige Information, ohne dass ich bis jetzt einen Chart gesehen habe. Was sehe ich noch? Klar, die Börse. Ich sehe den Sektor, den haben wir ja schon, den Schlusskurs, Währung, Dividendenrendite, wen das interessiert und sagt, okay, wenn ich den Trade aufmache, vielleicht lasse ich hier was stehen von KKRR, ist Real Estate, die haben 15,32 Dividendenrendite. Respekt. Aber das Wichtige, finde ich, ist die Marktkapitalisierung. Weil aufgrund der Marktkapitalisierung, also je höher die Zahl ist, kann ich von ausgehen, ohne dass ich einen Chart gesehen habe, dass ich auch einen brauchbaren Chart finde. Wie oft findet ihr irgendwo in einer Aktie, klickt drauf und seht euch den Chart an und sagt, da sind ja nur Kurslücken drin, ganz komische Kerzen, wie soll ich denn da einen Trader öffnen, ganz wenig Umsatz. Das kann ich schon sehen. Also wenn die Zahl da höher ist, dann kann ich mir da schon mal das anschauen und sagen, okay, das könnte ein Trade werden, nur aufgrund der Marktkapitalisierung. Ich kann mir das auch sortieren, da draufklicken, dann habe ich hier die hohe Marktkapitalisierung oben. Ich kann aber auch die Dividendenrendite sortieren, wie ich das möchte. So, und die Ratings, das sind Fundamentaldaten, da haben wir die Informationen einfach vorliegen, von der Datenbank her. Das ist spannend, A, wäre super, das heißt, ihr könntet natürlich auch KGV und alles vergleichen, das haben wir alles mit dem Algorithmus gelöst. A ist super und F ist schlecht. Und dann, wenn ich mehrere Trades hätte, die fast gleich sind, von der Marktkapitalisierung, vom Preis her, wenn ich halt nicht eine teure Aktie handeln möchte, dann würde ich mich doch für eine B-Aktie entscheiden, wo ich weiß, okay, der Fundamental-Rating ist B, dann nehme ich den. Ich muss ja nicht beide Aktien handeln. Es gibt ja oft die Situation, dass wir bestimmt, ich kaufe ich eine Intel oder eine Microsoft oder eine AMD, dann werden so eine Zahlen dann einfach entscheidend, wenn ihr immer nach dem gleichen Schema vorgeht, gleiche Trades, gleiche Marktkapitalsicherung, ich nehme das bessere Rating, dann habt ihr doch diesen gleichen, strukturierten, schematischen Vorgang der Auswahl. Aber die beste Zahl, finde ich auch noch ein gutes Ding, ist dieser Rank hier. Und hier zeigt man im Endeffekt an, wie höher die Zahl ist, die geht nur bis 100, desto höher ist der Rank in der Branche. Das heißt, hier ASI, das ist keine Kaninchenfarm, sondern eine bunten Infrastruktur, Capital-Unternehmen, ist das die Top-Aktie. Das ist immer spannend. Die BAT Reality steht dafür auf der 53, man kann das hier auch sortieren, dann habe ich den Rank soweit oben und die CSGP dann etwas tiefer. So, wenn ich jetzt draufklicke, die ASI meinetwegen, dann habe ich hier auch noch sämtliche Retrograden Einstiegssignale drin, nicht jeder ist ein Treffer, ist aber auch egal, weil die Trade-Verwaltung darüber entscheidet, ob das Break-Even ist oder ein Minus-Trade ist. Das ist mir auch egal, mir geht es einfach darum, immer die gleiche Auswahl zu haben und immer das gleiche Trade-Setup. Hier haben wir zum Beispiel das Signal von gestern, für heute die Kerze, die jetzt heute tickt, ist nicht enthalten. Aber es ist immer das gleiche Vorgehen, wir haben ein Target, da nehmen wir halt Gewinne mit, das Target wäre in einer Entfernung von 7%, da unten, 7,82% hätte der Trade realistisches Potenzial, also statistisch realistisches Potenzial, wo er auch hinkommen könnte, habe aber nur ein Chance-Risiko-Verhältnis zwischen Einstieg und Stop, also was ich einsetze als Kapital und was ich als Ziel habe, wäre das nur ein Schadens-Risiko-Verhältnis von 0,65% nicht stark, aber man weiß nie, ob der Trade weitergeht. Und ich verkaufe nicht eine Position total, sondern nur teilweise. Oft kommt es bei so einer Situation zu einem Durchbruch. Hier müsst ihr damit rechnen, dass der 200er drüber sitzt, das ist der 200er Durchschnitt, da muss ich mit rechnen, dass der Kurs nochmal hier reagiert und da müsste ich halt vorsichtig sein. Teilverkauf absolut sinnvoll, geht ihr aber durch, dann kann der Durchauszeigen mal noch ein bisschen weiter ansteigen. Von daher ist das eigentlich fest eingeplant als Trade. Jetzt können wir ja mal gucken, was die Hasi macht heute, und zwar im Chart live. Gucken wir mal rein. Also der Kauf wäre gewesen bei, heute bei Kauf steht ja hier drin, da, Einstieg 26,97 und maximal 27,21 bezahlt. Sehen wir, wo die Hasi steht. Ich lege die mal hier rein. Hier haben wir ja Realtime-Kurse. Hasi, das heißt sie. Nehmen wir mal, der Hasi macht. Okay, so, was haben wir gesagt? 26,97, 27,21, da ist der Kurs Eröffnungskurs, das heißt, wir sind bei 27,17 ungefähr ausgeführt worden. Der Markt war schon bei 27,87. Ich weiß gar nicht, ob das Target da schon erfüllt ist. Jedenfalls das Ding im, sag ich mal, im Gewinn im Moment. Der Markt läuft ja noch, logischerweise, aber interessant wäre zu wissen, wo das Target sitzt. Nicht so weit weg. 26,28,49 in dem Bereich bis 29. Das ist eine Zone, da setze ich den rein, je nachdem, wie ich das gerne hätte, aber in dem Bereich kommt das Target, Detailverkauf rein. Dann sehe ich immer, kommt der Markt da rein? Warum mache ich das so? Weil ich dann sehen möchte, was passiert zum Beispiel. Wenn ich den Stop in den Rand ziehen muss, wie reagiert der Markt in diesen Bereich, wo er sowieso schon mal abgeprallt ist. Das ist nur ein Beispiel. So, und da ist alles drin. Zum Beispiel sehe ich genau die Earnings. Aha, wann sind die denn, die Geschäftszahlen? Am 3. August. Spannende Kennzahl. Und ich sehe auch, wie lange das noch bis dahin dauert. 50 Tage, auch für die Optionshändler, Spiel. Ich sehe Sektor, was der überhaupt in einem konkreten Fall macht. Was sehe ich noch schönes? Das Potenzial hatten wir schon. Dann ist hier in der Beschreibung drin, wie der Trade umgesetzt wird, wo das Target ist und hier haben wir noch mal das Ganze aufgedröselt, was an Fundamentalen ist. Das gucke ich mir gar nicht alles an. Das interessiert mich nicht. Ich nehme einfach das Overall Rating C und damit ist das Ding schon okay, weil ich halte die Aktien meistens sowieso nicht lange, sondern je nachdem, wenn die jetzt hier oben zum Target dann Hälfte verkaufen zum Beispiel, wenn sie darüber hinaus geht, dann gibt es eine vorgeschriebene Stopp-Verwaltung und danach entscheidet die Aktie, ob sie rausfliegt oder nicht. Ralf. Hallo Ralf, grüß dich. Ich schaue mal auf die Fragen. Hallo, eignen sich die vorgestellten Vorgehensweisen auch, wenn man keine GmbH hat, sondern privathandeln möchte? Ja, na klar, weil Aktien unterliegen nicht dem, sage ich mal was, jetzt Future Handel und Optionshandel durchmachen. Von daher ist der Aktienhandel gerade für die steuerlichen Sachen wesentlich interessanter. Nur eine kleine Ergänzung, wenn ich mich recht entsinne, gilt das aber bei Totalverlusten. Inwiefern jetzt? Wenn die Aktie auf Null geht und du es dann abschreiben musst, dann hast du wieder in dieser Verlustverrechnungsbegrenzung. Ja, okay. Aber das ist ja selten der Fall. Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist korrekt. Hatte ich aber noch nicht so weit. Okay. Also so schnell findet man da zum Beispiel eine Aktie. Wenn man jetzt den Weg durchgeht, über das Marktmodell, Marktklima sich einschätzt, logischerweise, drauf schaut, wie ist die Gesamtsituation, muss ich viel Geld reinschieben. Das würde jetzt bei dem Trade genau bedeuten, okay, ich habe jetzt hier Real Estate, das ist nicht unter den Top, der Gesamtmarkt ist schon ziemlich teuer. Ja, der sah gut aus, möchte ich das machen jetzt. Muss man sich selber auspeksen, aber wenn, und das finde ich halt das Gute an diesem Tool, ihr seht dieselben Aktien, die ich sehe. Also wer geht oft zum Seminar und da kriegt man irgendwas erzählt und hier seht ihr dasselbe Display, was ich sehe, dieselben angezeigten Aktien. Ob ich nun die auswähle oder eine andere, aber das ist schon mal kein Schund, den ihr seht. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr im Real Estate Bereich. Das finde ich recht spannend. Auch spannend, kämpft um die 200er Marke. Hier erhöhtes Volumen, wenn es darüber hinaus geht, das ist Abverkauf von massiv, dann hat der Markt hier unten gedreht. Immer wieder auf dieser, wo ich immer wieder sage, schaut auf das Volumen bei Tageskerzen. Das seht ihr auch in jedem anderen Chartprogramm. TradingView, Aginatrader, was immer ihr wollt, TWS. Tagesumsätze sind immer spannend, weil dort etwas passiert. Einer gibt die Aktie, der andere nimmt, das Einverkauf. Und hier ist die Anzahl der Verkäufe einfach addiert. Und da, wo besonders viel passiert, treffen besonders viele Interessen aufeinander. Das können gute Unterstützungsbereiche oder Widerstände sein. Deswegen ist es so wichtig, da mal hinzuschauen. Ihr seht ja, der Markt ist so runtergelaufen. Wer würde denn nach so einer Kerze einfach kaufen? Also ich nicht. Ich brauche immer so etwas wie was Grünes. Dann würde ich sagen, okay, ich steige da ein, noch besser da. Dann gab es nun kein konkretes Signal, aber man sieht, wie der Markt einmal hier gedreht hat und dann nochmal dreht. Genau auf diesem Bereich, wo das Volumen erhöht ist. Immer interessante Zonen. Und genauso kann das natürlich hier oben passieren. Dass der Markt hier dreht, man sieht, der läuft hier in den Zielbereich rein, da oben, hier noch nicht. Da könnte er auch schon wieder anfangen zu drehen. Von daher immer gucken, wo kann der Kurs reagieren und wie sinnvoll oder wie sicher wäre jetzt eine Kurserwartung, wo ich sage, na der läuft bis zum nächsten Hoch, hier bei 72. Ja, das weiß ich nicht. Wie lange möchte ich darauf warten? Weiß ich auch nicht. Und deshalb handeln wir sehr mit diesen Zonen, wo wir einen Teilverkauf machen. Jetzt sagen viele, ja, dann schmälst du ja deinen CAV und deinen Gewinn. Ja, aber ich nehme auch Risiko raus, dort, wo es halt relativ schnell wieder runter geht. Und viele, die jetzt markttechnisch mäßig handeln, auf Tagesbasis, die fliegen dann halt wieder raus, weil sie ihre Erwartungen so weit oben gelegt haben, dass sie dann da hinkommen und dann kommt der Markt zwei, drei, vier Tage zurück und dann werden sie meistens aus wie Stop. Schade um den Gewinn. Ich nehme Ihnen gerne einen Teil vom Tisch und den Rest lasse ich denn nach einem Volatilitätsbasierten Stop-System was relativ entspanntes weiterlaufen. So, die Trade-Verwaltung ist immer die gleiche. Total langweilig, wenn man die kann. Immer dasselbe, ja. So, okay, jetzt machen wir einen anderen Weg. Das ist der Weg, den wir den Leuten dann so zeigen. Ich kann aber auch, wenn ich weiß, Nasdaq ist long und weil ich einen Chart gesehen habe, zum Beispiel, im Maginatrader, blenden wir nochmal ein, Nasdaq ist long. So, sehen wir, es ist noch nicht viel passiert, man kämpft noch. Dann kann ich ja sagen, okay, der Gesamtmarkt ist stark, das kann man auch anhand der monatlichen Performance sehen. Ihr seht hier 14% innerhalb der letzten 20 Handelstage. kann man sich auch bei Finviz anzeigen lassen, in der TWS sich anzeigen lassen. Performance gibt es glaube ich in jeder Seite. Müsst ihr mal schauen, Finviz, F-I-N-V-I-Z, kann man das nachbilden, muss man nicht den Algenatrader unbedingt haben. Ist natürlich komfortabel oder unser Tool, das geht relativ schnell. Aber als Grundwissen möchte ich gerne, dass ihr wenigstens darauf achtet, weil dann braucht ihr euch mit dem ganzen anderen Ideen uns nicht rumschlagen. Nehmt eine ganze Sache weg und beschäftigt euch mit dem Bereich hier oben. Und wenn das zu teuer ist vom Timing, dann nehmt ihr etwas, was gut noch positioniert ist im Chart. Meinetwegen hier Real Estate in der Mitte, ist aber noch positiv, hat aber, wie man sieht, 22 Handelstage unten. Also da muss man schon wissen, okay, wenn ich die Real Estate nehme, in Trade, dann bin ich nicht im besten Markt unterwegs. Deswegen würde ich es vielleicht gar nicht machen. dann wartet man am besten einmal ab. Man muss beim Trade noch mal warten. Die meisten können nicht warten, die wollen jeden Tag einen Trade haben, aber so ist das Spiel nicht. Ich will dann spielen, wenn die Chancen relativ gut sind. Wenn der Typ am Tisch sitzt, der mir die besten Karten gibt, dann möchte ich dabei sein. Okay, jetzt machen wir den Weg, der schnelle Weg. Amerikanischer Markt ist gut, ich will dann das Tool nehmen, Trend Long zum Beispiel. Dann weiß ich, ich möchte Trend Long handeln. Zack, drücke ich da drauf. Und dann kann ich hier auch das Gleiche machen, als wenn ich hier eine Branche eingestellt habe, wo das USA komplett ist. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich scanne mir alle amerikanischen Aktien, nur 8000, nach diesem Signal und renke mir die nach der Outperformance. Drücke da drauf und berücksichtige bitte alle Earnings und die Outperformance. dann habe ich hier einen Schieber, da kann ich die Signale bis zu 14 Tage retrograd, rückwärtsgerichtet mir anschauen. Das ist ja auch nicht interessant. Wenn ich den nach vorne mache, dann aktualisiert der die Ergebnisse, recht spannend, für die heutigen, also gestrigen Signale und sortiert die nach dem Rang. So, was habe ich gesagt? Blockchain ist okay, ja, toll, super, aber Marktkapitalisierung, ist jetzt ja nicht der Hit, die ist ja noch kleiner, noch kleiner, ist auch so klein, klein, interessant, eine Cloudflare, Rang 87, sechs Tage korrigiert, Technology-Bereich, ja, ist heiß gelaufen, hat aber ein Signal ausgewiesen, schauen wir mal. So, und dann sieht man hier die Signale, noch die Retrogradensignale, man kann das hier zusammenschieben und so weiter und so fort, dann sieht man, ich habe zwei Signale gehabt, das sind auch die letzten und der ist quasi Yes, also wenn ich das Signal heute, würde ich nicht mehr benutzen, weil dann bin ich ja schon oben am Top dran, aber das Gestern, kann ich leider nicht ein bisschen größer machen, da wäre ich ja schon oben reingelaufen, also fast ins Target mit dem ersten, ob er dann durchgeht, das könnte eine schöne Bewegung geben, weil wir haben hier so einen schönen Widerstandsbereich und dann wäre noch Platz bis 81, wenn er durchgeht, also relativ schnell, obwohl wir nur einen niedrigen CAV haben. So, was haben wir denn noch im Angebot? Industrials, das ist auch ein Bereich gewesen, bei der Branchen, die auch positiv waren, also Outperformer, aber nicht die besten, zeigt mir also auch die Branche letztendlich an, das ist eine XPO, da sehen wir auch ein, das ist so ein Trade, wo ich sage, okay, der hat einen extrem niedrigen CAV von 0,6, aber ich weiß ja nie, ob die nicht wirklich ausbricht, wichtig ist mir nur, dass ich nicht den Ausbruch kaufe, also am liebsten kriege ich so ein Signal hier, wo ich fast unten an so einer Base bin und dann läuft der hoch und ich bin im Target und ob dann der Ausbruch mit Dynamik kommt, das wäre natürlich optimal, ich weiß es ja vorher nicht, aber ich möchte dann schon wenigstens relativ günstig reinkommen, das ist hier gerade noch so einigermaßen der Fall und man sieht, wenn würde, wenn das Ding ins Target läuft und ich den Preis am Einstieg bekomme, 3,27% machen und wenn der da drüber geht, dann könnte es sein, dass da Dynamik reinkommt, also ich würde den Teilverkauf hier machen und den Stop relativ eng ran und dann schauen, wenn er rausläuft, mal gucken, was passiert, hier ist wirklich ein guter Support, man sieht das auch, also Grundwissen von Charttechnik sollte man ein bisschen haben, aber die Vorauswahl ist witzig, schauen wir uns das mal an im Chart und zwar Maginatrader XPO, ich lege die mal hier rein, den Hasi hatten wir ja schon, XPO und dann sehen wir real time, was die Logistics Aktie dort fabriziert, die ist ausgebaut, ist lustig, so und das wäre ja jetzt schon im Target gewesen, also das ist nicht immer so, 3,27% Gewinn und jetzt weiteres Potenzial, Stop dahin, Break-even, Teilgewinn mitgenommen, der Rest ist mir gewuscht, ich weiß nicht, was jetzt passiert, hier könnte eine Kursreaktion auf jeden Fall passieren, dann lasse ich sie einfach reinlaufen und ziehe den Stop dann in so einen Zonen ran, macht ihr hier den Durchgang, dann haben wir freies Geleit bis da oben, Spannend ist auf jeden Fall mal zu beachten, erhöhtes Volumen sieht man hier ganz toll, hier diese Kerze, wo ist sie, ist die in unserem Bereich, nö, der Kurs ist drunter, ja, guckt euch das mal an, da ist erhöhtes Volumen, bildet hier so eine Base, da kommt sogar ein Umkehrstab rein, reagiert drauf, schaut euch das wirklich an, dieses, was hier mit Gaps zu tun hat, hier ist ein Kurs drin, der fällt und das gibt es einen Gap und wenn man das ein bisschen retrograd sich anschaut, der Markt reagiert auf diesen alten Kursmarken immer wieder und deshalb ist dieser, dieser Einstieg so genial, wenn man sich das anschaut, weil der Markt drüber schließt mit dieser Kerze und jetzt schiebt das da drüber hinaus weg und alle, die hier short waren, bei so einer Umkehrkerze werden rausgedrückt, also von der Trätauswahl kein Mist, ihr seht, wirklich Trades, die gut sind, ob man die denn immer umsetzt, ist eine andere Sache, weil wichtig ist einfach, dass ihr einen konkreten, strukturierten Analyse jetzt endlich habt, aber diese Aktien zu finden so, ist halt relativ schwierig und da ihr immer mit demselben Setup arbeitet, ist es von der Umsetzung recht einfach, ja, so, dann haben wir mal, ich glaube, vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen hatte ich auch ein Webinar, da war das, die Bedingung war gleich, Nasdaq war stark und so weiter und wir kamen auf den Technologie-Sektor und dann haben die ja in vier Wochen jetzt so zwischen 12, 13, 14 Prozent gemacht, man sieht das ja hier, so, und ihr kennt alle die Aktie Künstliche Intelligenz, AI, auch die war bei uns im Screener drin, steigt euch die mal an, das ist die und vom Trade her, rein vom charttechnischen Wissen, was natürlich jeder haben soll, kann ich euch das zeigen, ist das wieder das Gleiche, ihr seht hier das erhöhte Volumen, was passiert hier, die Kerze geht nach oben, das ist hier entscheidend, hier ist hoch das Volumen und logischerweise am Tief, so in diesem Bereich, was ist hier noch passiert, wir haben hier ein Gap, Großlücke, aufsteigendes Gap, zeichne ich mal grün ein, so, könnt ihr euch alles da reinlegen, dann habt ihr hier noch einen Wochenwiderstand, so, und das, wenn der Kurs hier drüber geht, hier oben, dann warte ich auf eine Korrektur, das ist passiert, Korrektur, okay, fällt hier rein, in diesen Bereich des Aufwärts Gaps, kommt an die Wochenunterstützung, noch keine klare Situation, dann am anderen Tag, hier Abverkauf, genau da, wo der Mude tief ist, ist der Eröffnungskurs, wird abverkauft, aber hier unten wird es schon wieder gekauft, der Markt schließt wieder höher, interessante Situation, und das ist im Endeffekt das Kaufsignal, weil das ist eine super starke Kerze, die schließt sogar im oberen Bereich fast drüber, über diesen Gap, so, und da drüber, dann das Kaufsignal gelegt, bin dann reingegangen, und die ist am 13. Juni, quasi gestern, ins Target gelaufen, und der Kurs reagiert hier drauf, das sieht er ja, ob der jetzt durchgeht, weiß ich nicht, heute reagiert er wieder drauf, eröffnet, boing, Copy stoßen, kann schön durchgehen, schauen wir uns mal an, das sieht nicht so gut aus, was ich da eben gemacht habe, was hier passiert, der hat auf jeden Fall noch viel Widerstand vor sich hier, kann aber noch bis 50 gehen, da ist noch eine Menge Potenzial drin, und was hat der Trade letztendlich bis jetzt gebracht, mit der Hälfte raus, da war der Einstieg, Oh, falscher Messer, Entschuldigung, den wollen wir haben, 20%, das geht auch so, manchmal sind es 3%, manchmal sind es 20%, wichtig zu wissen, 1, 2, 3, 4, 5 Tage, ist es her, dass ich den Einstieg hatte, vergleiche ich das mit der Nestec, 1, 2, 3, 4, 5, waren wir hier in der Korrektur, hier oben weiß ich nicht noch, ob der Trade so ausgegangen wäre, wenn er jetzt hier korrigiert zum Beispiel, also immer die Kausalität sehen, dass der Markt der Long ist, und der stärkste Markt in der Korrektur, dann habe ich eine gute Möglichkeit, in einer Branche, die gut läuft, wo der Wert in der Korrektur ist, einen guten Trade zu machen, weil ich vielleicht mitgezogen werde, so, jetzt zeige ich euch im Trade Scanner nochmal, wie das aussah, ich kann das ja auch machen, und die AI kann ich nämlich eingeben, und zwar kann ich mir Aktien noch anschauen, die ich ja selbst habe, die gebe ich da oben ein, ich glaube, es war die AI 3, glaube ich, US, ne, das war es nicht, ich glaube, es war nur AI, ohne die 3, jup, da ist er, so, dann ändern sich die Daten auch logischerweise, und ihr seht die Trades, die da vorderen waren, und da ist das Signal, ja, das ist schon, äh, das Signal von dem zweiten, ja, das hätte ich jetzt nicht mehr gemacht, also wir haben zwei, warum haben wir zwei Signale, weil es ja oftmals so ist, wenn ein sinnvolles Signal kommt, das ist, wenn es noch nicht so weit weg läuft, vom ersten Signal, dass man auch beim verspäteten Signal, noch in noch Rendite einfahren kann, ja, das hätte ich jetzt nicht mehr genommen, aber das, mega spannend, dann sieht man genau, den Chart, den ich euch eben, auch im Chartprogramm, wird ja auf das Wesentliche reduziert, wie der Markt hier genau reinläuft, das Target, und, äh, alles ist schick, ja, spannende Situation, auch das Volumen, was gestern zugenommen hat, weiß noch nicht, ob das unbedingt positiv ist, der Markt reagiert da drauf, ob wir oben nicht viele gesagt haben, ich gehe raus, das weiß ich nicht, keine Ahnung, also den Ausbruch will ich nicht handeln, wenn das Ding rauskommt, und kommt wieder zurück, ist doch hier eine spannende Zone, weil hier sind alle denn eingestiegen, hier sind die Volumina extrem hoch, also, so eine Aktie, ja, die jetzt so gut läuft, braucht ihr ja nicht immer, wenn ihr mal ausgestockt werdet, gleich wieder rausschmeißen, lasst sie in der Watchtas drin, klar kriegt ihr auch vom Tradescanner dann wieder neue Aktien angezeigt, aber der Sinn ist, der Zweck ist ja, der Sache ist eigentlich, gute Aktien zu bekommen, die man immer wieder handelt, also zum Beispiel so eine Meta, ist auch mit bei, war ja mal die Facebook, ja, da seht ihr, in der letzten Zeit waren das die Tradescanner-Signale, so, das sind alles im Rahmen der Outperformance, ich glaube, wir sind da oben schon wieder eingelaufen, ja, beim letzten Trade, kann man hier ein bisschen schlecht sehen, so eine Skalierung, da müssen wir noch ein bisschen was verbessern, dass man es besser sehen kann, aber das sind die Einstiege, die das System generiert hat und wenn ihr so eine Aktie habt und werdet da ausgestockt, dann muss ich die ja nicht wegschmeißen, die sieht ja im Chart immer noch so aus, so, dann warte ich einfach, bis sie wieder runterkommt und dann kann ich aufs nächste Signal warten, ich kann aber auch aktiv dann wieder einsteigen, wenn sie einfach aus dem Punkt, wo sie ausgestockt wurde, wieder drüberläuft zum Beispiel, weil es so eine starken Aktien laufen halt, weil dann die wollen wir halt behalten, wenn man das möchte, kann man da auch einen Teil immer von stehen lassen und da wie so eine Art Investment Depot aufbauen, weil wenn man immer bei den Outperformer Aktien, die Aktien bekommt, die in den Top Branchen, in den Top Märkten der Welt unterwegs sind, dann hat man einfach eine gute Vorauswahl, ein umfassendes System, was wirklich runtergebrochen ist auf was Einfaches und wo wir demnächst noch einiges tun werden. Also wer das gerne machen möchte, ich schaue jetzt mal nach dem, nach dem Link, einen Moment, zur Registrierung, den könnt ihr, den schicke ich mal in den Chat, ohne irgendwas hier mit Kreditkarte und so, bitte keine Fantasienamen angeben, wir sind da in der Gemeinschaft, alle Leute, die sich gerne mit Namen ansprechen, den schicke ich jetzt mal in den Chat rein, dort könnt ihr euch registrieren, das ist dann, wo habe ich es jetzt da alles drin, muss ich mal gucken, sieht so komisch aus hier, an alle, so, da könnt ihr euch registrieren, das ganze Tool mit allem benutzen, das sind verschiedene Dinge, die da drin sind, warum sehe ich jetzt hier einen weißen Bildschirm, das will ich eigentlich gar nicht haben, ich will Charts sehen, so, und in dem Fall habt ihr von dem Tool, bei mir sind es natürlich, glaube ich, wesentlich mehr Dinge, die ihr seht, die Perlentower-Strategie, dann habt ihr auch noch Optionen, glaube ich, die mit bei sind, die ihr euch angucken könnt, ein Turning Point, meine Empfehlung ist immer, schaut euch das an, so, konzentriert euch aber auf ein Tool und wer Fragen hat, zu dem Tool, der schreibt einfach an mich, cb.tradercode.de und dann können wir uns auch einzeln mal unterhalten oder ihr könnt dabei sein, wenn ich mir einen Trade aussuche, das geht relativ schnell, da muss ich jetzt nicht viel lange überlegen dann und, ja, könnt ihr euch einfach mal reinschauen und angucken, wie ich das mache und das machen wir mit einer Zoom-Session, also mir einfach schreiben und dann können wir das machen. So, kann manchmal ein bisschen dauern, weil die Nachfrage steigt gerade an, das kann nur schon mal ein, zwei Wochen dauern, bis es einen Termin gibt, aber sobald das ist, können wir uns dann mal ein Stündchen hinsetzen und ich zeige euch mal, was wir da machen. So, dann schauen wir uns nochmal, wir haben jetzt noch zwei Minuten, kurz nochmal Gold an, ist ja auch immer interessant, finde ich mega spannend, da sieht man, da ist eine Menge passiert, man sieht auch vom Ranking her, muss ich jetzt nicht unbedingt Gold, jetzt nach Gold-Aktien suchen, warum nicht, weil da nichts gespielt wird gerade. Was ist mit dem Silber los, muss ich jetzt Silber-Aktien haben, viel gezeichnet logischerweise, ist aber hier ist die Phase irgendwann vorbei und das ist das, was ich meine, wenn ich hier oben in so einer Phase bin, was ich ja dann nicht sehe, ich weiß ja nicht, was danach passiert, im Nachhinein kann man immer schön reden, aber wenn ich hier oben bin, dann weiß ich, ich bin in einem Widerstandsbereich und der Kurs kann reagieren. Wenn ich hier irgendwas kaufe in Silber, dann wieder denken, aha, der Markt ist schon ein paar Tage gestiegen, ich bin jetzt hier nicht hier drin, sondern erst später, wesentlich weniger Positionsgröße nehmen, dann habt ihr natürlich auch weniger Gewinnungsgegen ist klar, aber das Risiko nimmt im Endeffekt zu und den Tipp gebe ich euch noch mit, eine kleine Pyramide hier, kleines Dreieck und zwar, wenn das ein ansteigender Kurs ist, eine Aktie, diese Linie, dann ist das im Endeffekt mit der Dauer, wie lange der Anstieg dauert, desto weniger, also ohne Korrektur, da ist keine Korrektur drin, wenn hier so eine Korrektur ist, dann kann man da wieder aufladen, hier ist auch eine Korrektur drin, dann kann man auch aufladen, hier kannst du aufladen und wieder vollfahren, aber wenn der Markt jetzt hier drei, vier, fünf Tage und extrem stark steigt, dann nimmt das Risiko ja auch zu, da kann man jetzt eben noch anders umzeichnen, das wäre euer Risiko, der Markt steigt immer mehr an ohne Korrektur, das Risiko nimmt zu, das soll jetzt hier die Breite abziehen, das nimmt zu euer Risiko, das was bei mir als Positionsgröße ist, nimmt dann aber ab, wird kleiner, das ist eigentlich relativ einfach zu beachten, wenn er es nicht aushaltet, Trades zu machen, beachtet bitte, dass bei steigenden Märkten ohne Korrektur euer Risiko einfach ansteigt, und mit dem Trade Setup, das wir haben im Trade Scanner, könnt ihr das natürlich super einfach kontrollieren. Habt ihr gemerkt, dass ich immer was erzählt habe zu Gaps und so weiter und so fort, also das was Aktien wissen ist, das vermitteln wir auch, und zwar kostenlos, auch in meiner Homepage, aber auch im Trade Scanner, ihr könnt auf meiner Homepage das machen, bei Perlentower Strategie, Trading Videokurs, könnt ihr euch das angucken, die sind bei YouTube gehostet, da ist im Endeffekt die Strategie erklärt, das sind alles 5 Minuten Videos, also keine langen Dinger, 10 Dinger, zur Volatilität, Top-Down Prinzip, Gaps, Volumen, Tageskerzen, Widerstand, Unterstützung, Bollinger, Bandleitende, Durchschnitt, so wie ich sie sehe, und so wie ich sie mit dem Trade Scanner benutze, und mir die Charts angucke. Das gleiche haben wir auch im Marktmodell, hier im Trade Scanner unter Block, den finde ich zum Beispiel auch total geil, den Block, muss ich mal sagen, hat Markus super gemacht, dort könnt ihr einfach meinen Namen eingeben, oder Trading Kurs meinetwegen, und dann seht ihr hier zum Beispiel die einzelnen Videokurse, oder ihr geht wieder auf den Content Inhalt und habt hier Ausbildung, dort, zack, und da sind dann auch alle Videos mit bei, und die Ausbildung, wie das Signal zu sehen ist, und so weiter und so fort. Finde ich gut, wird noch weiter ausgebaut, könnt ihr auch noch einiges erwarten, mit Fragen und Antworten, und Zertifikate und so weiter, weil wir wollen kein Klickdienst sein, sondern wir wollen wirklich Wissen vermitteln, also Grundwissen, was ist Börse, was sind Aktien, für die, die wirklich Anfänger sind, und dann das wirklich nur Benötigte für diese Strategie. Kein Klimbim, nicht mehr, nicht weniger, wir haben alle nicht viel Zeit. Okay, das war's, dann freue ich mich, und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, bis zum Schluss, wie ich sehe, und dann sehen wir uns in einem Monat wieder, auf jeden Fall. Bis dann, passt auf euer Geld auf, und ja, vielleicht werdet ihr auch ein Perlentaucher beim Threadscanner. Ciao. Vielen, vielen Dank, Carsten, dir einen schönen Abend, und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die wirklich von Anfang bis Ende hier dabei waren, und ja, die Zinsentscheid ist ja gerade rausgekommen, Märkte bewegen sich, also passen sich auf jede Position auf, und natürlich noch eine erfolgreiche Restwoche. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ciao.